Gönnen wir uns mal ein bisschen Kataklysm Gameplay. Let's see. Viel Glück. So, wo sind meine Reichtümer? Ich glaube, es verbackt, Leute. Ich weiß auch nicht. Private Reichtümer. Ich kann sie irgendwie nicht looten, keine Ahnung. Jetzt will er gleich wieder die Quest machen. Oder liegen die hier irgendwo rum? Und jetzt, was ist jetzt? Wir machen es nochmal. Ach, du meine Güte. Na dann. Holt den Schatz. Alle guten Dinge sind drei. Ich denke, ich weiß, wie Sie das werfen. Okay. Ich weiß, wie Sie sich das mag, schließlich einschinen. Okay. So und jetzt? Ihr habt eure Dreichtümer herangebracht. Aber wo? Wo sind meine Reichtümer? Ich glaub die Quest ist buggy, Leute. Ich mach das nicht nochmal. Nein, lass mich hier raus. Ich hau rein. Raketengurt. Und tschüss.